Niklas! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Hallo! Und eine Serbette. Ja, das sind ja die üblichen Leute dabei. Irgendwie ist da etwas gestorben. Unten im Schacht war das. Das war unten im Luftschiff. Unten war das irgendwo. Mir hat schon gar nichts Luftschiff. Ich hab ne SG, ich such grad denjenigen. Ich such grad ne Leiche. Der Helikopter fliegt heute anders rum. Oh Niklas! Ja, also irgendwie fliegt er eben hier anders rum. Niklas war es nicht. Der war in dem Moment bei mir. Ich war oben. Ich weiß nicht, ob mich jemand aus dem Helikopter gesehen hat. Du kommst mir zu nah. Er ist da gut. Er sagt, der Wanderer steht hinter dir. Ich sag mir, dass ich zu nahe bin. Andi ist tot. Er wurde mit einem Shotgun getötet. Also ich hab vorhin Klee alleine gesehen. Ich weiß nicht, ob er die Shotgun hatte. Nö, die hier im Auto sieht rein. Ich will mir jetzt erst einen Shotgun. Hier liegt einer. Aber ich war bei Niklas, als es geschossen wurde. Also Niklas kam zu, dass ich es nicht gewesen bin. Also weiter, du hättest wunderbar, weil jemanden killen können und es entsorgen können. Es runter. Ne, wenn Niklas hier im Helikopter ist, dann will ich mich mit fliegen. Also Niklas hat denjenigen nicht erschossen. Er war in dem Moment bei mir. Und ich war bei Niklas. Man kann übrigens auch am Rotor sterben. Kann das sein? Hi. Äh, ja. Das haben wir gerade am Detective gesehen. Und der Detective ist gerade voll durch den Rotor. Oh mein Gott. Wirklich? Ja. Okay. Falls ihr jemanden mit einer Pumshotgun seht, der ist es. Ich taser den dann. Also äh, du hast eine... Was hat Niklas? Niklas hat eine normale Shotgun. Niklas war bei mir, der war es nicht. Ah ja, okay, gut. Ich hab eine GSG. Ich hab eine GSG. Du siehst. Niklas. Zeig mal, erste Waffe Fighter. Bitte was waren wir? Hast du was gesagt? Ich hab eine GSG. Ich war außerdem, ich war auch ein Helikopter. Weißt du, wie gern ich dich jetzt tasern würde? Die Waffe wurde unten nicht weggeschmissen, weil dann... Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Soll ich mal springen? Oh mein Gott, was war das denn? Ich hab denjenigen auch nicht hochge... Ich glaub Niklas ist rausgesprungen, falls er sich das aussah. Fighter, wieso hast du nicht gesprungen? Einfach rollig Freude. Das ist Taser. Weiter. Also wenn Niklas nicht mehr redet, ist er raus hier. Ich dachte gerade zuerst, ich wäre tot, aber ich bin ja getasert. Ich darf ja reden. Fighter, wirklich? War er wirklich? Nee, es ist nicht. Ja, aber der hat auch nicht Feuergranaten geschossen. Es waren ja nur zwei. Klee, zeig mal deine erste Waffe. Nur zwei? Nur zwei? Klee! Klee! Ja, was denn? Hä? Hey! What the fuck? Der hat auch einen Shotgun. Woher hast du das dann gern? Der hat Baby geschossen. Äh, ja, der Detective lag hier tot. Achso, ja, okay. Hier lag auch Niklas lag hier auch tot. Also Mr. Wanwar und Fighter können nicht töten. Okay, okay, okay. Warum lag da die Leiche? Also es ist Mr. Wanwar. Wo ist ein Fighter? Fighter war gerade oben beim Helicopter. Aber ich denke, du bist gerade bei den Helicopter töten können, als sie getasert wurde. Aber es kann trotzdem Fighter sein. Ich habe Klee gerade getötet. Klee war Traitor. Okay, okay, okay. Ich bin im Helicopter drin. Und deshalb... Hey, ich werde angeschossen! Ja, dann ist es Mr. Wanwar. Ich bin der Helicopter unter dem Schiff. Ja, ich habe Klee das Leiche erst mal runtergeschmissen. Jetzt kam Mr. Wanwar, der hat sich nicht mehr unter den Autosniper. Der ist da. Er ist beim Heli, beim Heli, beim Heli. Ja, ich komme gleich mit dem Heli wieder rum. Also ich habe Klee das Leiche runtergeschmissen. Er kann ihn nicht mehr wiederbeleben. Ich habe 5 HP. Problem ist nur, jetzt weiß er wie er mich... Jetzt weiß er natürlich, dass ich jetzt gleich komme. Das sei denn, ich komme hin zuvor. Ja, er weiß auch wo ich bin. Jaaa! Sprichst du da wirklich runter? Mhm. Wie überlebst du es? Also was ich gerade gesehen habe, was ich an Leben verloren habe, hätte ich den Platz lassen sollen. Ach, er ist tot! Jaaa! Weiße! Ich würde sagen, ähm, Good Game. Ich glaube, das gewinnst du jetzt. Ja, ich hoffe. Ich würde nicht sagen, dass du es hoffst. Ich denke, du gewinnst das. Mit 5 HP wird es kein Problem sein. Wieso? Ich habe mir mal kurz noch einen Jugger noch, ne? Oh, nee! Komm! Ey, wenn ich das jetzt noch schaffe, das wäre... Also wenn du das jetzt noch schaffst, dann wäre es wirklich nett. Ja. Ne, 5! Oh! Warum macht das jetzt eigentlich? Und ich habe eine Diegel als Alternativwaffe noch. Kannst du damit um? Warum war ich gerade eigentlich so blöd? Hm. Ich sehe es, dass ich das trotzdem verkacke. Ich traue mir jetzt zu. Ihr dir auch? Geist, wo bist du? Versteck dich. Ach, der hat doch noch genügend Zeit. Das sind doch 2... 2,5 Minuten. Das bringt mir das Verstecken, wenn der ein Radar hat. Schlimm, das habe ich mir gerade gekauft. Mach doch mal nicht die Tür. Danke. Geist, Alter! Alter! Es ist so ekelhaft! Erste Runde Wanderer Trader! Was soll ich denn nicht machen? Was soll ich denn nicht machen? Was soll ich denn nicht machen? Ich sage es immer noch, feilt haben. Ist aber auch nicht. Ich glaube, ich habe dich noch in der Begrüßung getötet, oder Andi? Ja! Du hast das fei... Du hattest... Ach Mann, ey! Klee hat dir das Baby geschossen. Ja, ich habe halt überhaupt nicht mitbekommen, dass die Leiche da liegt. Die lag da noch nicht lange. Ey, dieser Scheiße. Die Leiche lag da... Ich dachte, okay, dann hast du das Baby. Ich war das auch nicht. Ich war das auch nicht. Ich habe extrem schnell einfach die Waffe gewetzelt. Alter, ich habe... Ganz ehrlich, ich wollte... Das erste, als ich Wanderer gesehen habe, war es zwar... Okay, schießen in den Kopf. Aber... Das glaube ich natürlich, dass er wirklich jetzt später ist. Hätte ich schon nie gedacht. Also doch, du habe ich gedacht. Das war die erste Runde, Andi. Was... Was ich irgendwie mega gefeiert habe, war ja... Hallo. Das... Irgendeiner von euch da sagt, dass Rotter dann auch sterben kann. Und... Ich... Okay, er ist immer gestorben. Am Fässern. Am Fässern. Ich bin in die Richtung gelaufen. Ich bin in die Richtung gelaufen. Irgendjemand ist an einem Fass gestorben. Ich werfe einen Incendiary runter. Hier ist ein Fässer? Ja, ganz... Ja, ich glaube, ich weiß auch, wo derjenige gestorben ist. Ich glaube, in dem Raum ist es ein Fässer. Aber der Indikopter fliegt, glaube ich, genauso wie gestern. Ne, hier ist kein Fass. Das war in einem anderen Raum. Da ist ein... Oh... Oh man, die Waffe bringt mir nichts. Ich bin viel zu schlecht im Snipern, um hier irgendwas zu... Guten Tag. Irgendjemand hat... Wow. Wow, hier liegen... Hier sind überall Smokes. Also hier ist jemand durch Fässer gestorben, in einem der Nebenräume. Ja, dann... Also ich war hier mit Gumm. Und... Ja. Ja, Gumm und Ding so... Ja, ich suche grad. Der Helikopter hätte ich noch mal schauen, wenn man alleine geflogen ist. Hö? Herr Pfeiffer, können Sie mir mal... Können Sie mir ganz kurz mal sagen, was so gerade der Stand der Toten da ist? Ich hab nämlich die ganze Zeit... Einer ist, glaub ich, tot. Ne, einer... Ne, ich war ein Helikopter. Ich hab niemanden geflötet. Oh, ich hab durch jemanden gehört, der mit Fässer gestorben ist. Aber ich... Okay. Ja, ich hab's... Ja, aber Traitor... Ja, Clay ist gestorben. Ah, damit komm ich derecht. Damit komm ich derecht. Ich komm mal kurz hoch, falls jemand da ein Helikopter ist. Ja, hier ist derjenige gestorben. Das war Niklas. Niklas ist durch den Fass gestorben. Niklas ist durch... Was hast du da weggeworfen, Fighter? Ja, weiß ich nicht. Angeblich hab ich was auf Platz 8, aber ich hab nichts auf Platz 8. Das ist der DNA-Scanner, ne? Ja, würdest du mal... Würdest du mich mal bitte, ähm... Verteidigen. Warte mal. Der lebt noch Mr. Wanwa und Andi. Ja. Der wird's grad Niklas gefunden. Ähm... Wanwa. Oh, nein. Bis jetzt spät. Ey, scheiße. Ey, scheiße. Ey, scheiße. Wo ist der andere? Mann. Wanwa ist beim Heli. Versuch mal ein schlechtstes, aber... Scheiße. Warte mal! Warte mal! Du! Das war doch nur ein bisschen krass spät. Dann warst du gerade am Wiederbeleben, ne? Das war richtig spät. Ey, wieso warst mein Nikol an der Leiche und ich bei... Goom? Ey. Also... Und was an Nikol vielleicht... Wurde es gerade im falschen Krampf der Flügel. Huuh! Hey, das ist ja doch krass gewesen. Alter, was soll das? Ich hab's rumgelegt und ich konnte die Schrotzen hier holen. Oh, nee. Ich war so nett. Wenn man den Inno wiederbelebt hätte, dann wäre es am geilsten gewesen. Wobei, würde man dann nochmal Punkte geben, wenn man den Inno wiederbelebt und den dann nochmal schüttet? Ja, das würdest du. Je nachdem, du gehst auf jeden zweiten Inno, den du tötest, kriegst du. Ja gut, aber wenn ich jetzt der zweite gewesen wäre, dann hättest du wieder Punkte bekommen. Das ist schon süß. Alter, Nico ist auch hier. Los, mach bitte Platz für Rossi. Ich hatte halt noch eine Huge, von daher. Bin mit Andi, Andi ist weg. Alter, du hattest noch eine Huge. Ja, das war... Ist hier noch... Nein, das ist Ordentliches. Andi, Ordentliches. Niko, Niko! Niko, Niko! Niko! Wo ist Niko? Wo ist Niko? Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Ich hab einen Alk... Ey, was ist jetzt passiert? Ey, Ex ist rot. Ex hat ihn umgesnipet. Vertrauest an Andy. Ja? Ich bin hier oben. Andi! Ich hab ihn da schon gegangen. Neu, Niko, Niko, Niko. Hat ihn da drüben gelegt und mich erschossen. Alter, du... Ich dachte schon, hä, wie wurde ich denn von außen erschossen, bitte? Hä? Oder du hast rumgelegt, aber... Alter, das soll die Scheiße. Ich hatte einen, hab ihn noch mal da... Ey, du hast noch Türen. Nein! Ich hab mich mal klar. Oh, Mann. Ja, okay. Du scheinst nicht gewesen zu sein, weil du hast keine Minuskamera bekommen. Ja, sorry, Alter, aber ich... Hört es dir so an und als hättest du ihn erschossen. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Andi hat, glaub ich, gar nicht mehr geschossen. Er hat keine Minuskamera bekommen, also war er es auch nicht. Ne, ich hab... Alter, das... Es muss ein Traitor gewesen sein. Wir waren der andere Traitor. Ich auch nicht. Andi war der Traitor. Ach, Andi war Traitor. Ja, gut, dann hat er doch einfach... Ja? Nein! Ich wollte dich grad umschießen, aber immer... Gehst du vor mir in die Knie und... Und... Hä? Warte mal, mit dem Traitor war's geschossen. Wurde hat auch Biku geschossen. Verstehe ich auch. Was hast du so getan? Biku umschossen. Du hast dir doch auch Schatten gemacht. Ja, hast du wirklich doch hast du einen. Du Löcher. Was ist das für ne Scheiße heute? Ey, mach auch noch mit mir. Wir hätten hier eine Instiering geschmissen. Das gibt's nur nicht. Ganz ehrlich, was ist das für ne Scheiße, Leute? Ne... Ne... Okay, cool. Gucken wir doch mal, wer von uns Fretel ist. Ich seh schon, okay. Alter! Man kann es nicht sagen, im Speck. Ja, ein bisschen, bin ich mal. Ne... 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 Oh, ich bin bei... Ne... Kann man hier springen, die... Ich hab hier springen, die... Guck doch mal, die Nernzeste. Was ist das für ne... Dürmer hier? Dankeschön. Was ist das für ne... 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 Äh... Äh... Boom is'is. Boom is'is. Boom is'is. Boom is'is. Alter! Nö... Andy ist auch tot. Hier snipet jemand. Ich bin Niko. Äh, Fighter? Ok, ne ne ne, wenn... Nico war am snipen. Wahrscheinlich war der Sniper. Boom is'is. Boom is'is, Wir haben gerade den Melan-Dings da geworfen. Wollen wir nicht an. Aber... Ich bin meine Niko. Sie das vielleicht hinterher, aber... Ich find's nicht so lustig, dass du mit einer Sniper downed auf mich zielst. Ja, ich find's nicht so lustig, dass du mir so hinterher hinst. Der ist da drinne. Boom sch are you! Ach der ist auch nicht auf dem... Ach was? Wo ist der Traitor? Äh was war das denn? Fights Kalter auf... Fights Kalter Fights Kalter Niiiice Fights Kalter hat den Pool elektrisiert Ich wusste nicht ob das hier auf der Map auch geht Ich auch nicht ich hab einfach mal drauf gedrückt Andi das war der Pool der... Aber so fort tot? Ja ich wollte da ganz schnell durch um mir die Amo zu holen weil ich dachte oh hoffentlich geht das auf der Map hier nicht aber es ging trotzdem Das kann zwar ja Andi springt noch eine Minute später rein und wird dann auch noch elektrisieren Und vor allem Klee schreit ganz laut Und der ruft erstmal gesnipert und dann in der Todesursache steht nicht mal Sniper so nahe dieser Todtrop Ja aber es kam halt richtig gut gesnipert so weil du warst dann mit einem Schuss weg ne Ja no ich hab nur nicht gebetackt Alter ich springe dann noch weiter hin und würde mich in der Luft Ich wusste sofort dass der Pool war Ich wusste sofort Vor allem weil du noch gestorben bist du warst eh klar Wie kannst du das wagen? Detektiv Trotz fliegen Oh Niko ist hier Detektiv jetzt kriegen wir schon wieder Andi Also ist Andi an hier Ohohoho Das war ne Insi Ne das war ne Disco Oh Alter was ist hier los? Ja wer ist hier Detective? Exe 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 hinter hier Ich guck gar nicht mal auf dich Ich will ja auch meinen Namen rufen Ich hab doch gesagt wir sollen ein bisschen Schilliger sein Kann es sein dass obensoren einfach kacke ist? Ja Das ist sehr gefährlich Ich schwöre ich werde versuchen nur auf denjenigen zu schießen der auch auf mich schießt so Wer schießt da aus den Fighters Ich hab in den Pool geschossen Ja Ich hab in den Pool geschossen Das kann nicht sein Das kann nicht sein Das kann nicht sein Wollte nicht die One-Shot-Waffe verschwenden auf die Distanz Der ist unser Team schon je schossen Er ist weiter Geh aus dem Pool raus 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 Weg von der Leiche Andi weg Weg Andi Schweiß die Leiche runter Schweiß die Leiche runter Wir kochen dir Also fuck Ari Oh Alter was ist da wann war 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 Das war Ne gute Zielleistung Das war nicht schlecht, alter Ich hasse diese Leitern. Ich hasse die Leitern. Kann man einfach nicht mehr ein Menge Leichen? Oh shit. Da liegen ganz viele Leichen sagst du. Ja, das heißt Mr. Wanda ist irgendwo in der Nähe. Au, 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 au. Karte, Wanda, Wanda, Wanda. Scheiße. Sorry, Wanda. Ja, weil sie eigentlich nach Tod war. Ne, ich hab's dir gesagt und dann... Ne, was weiß ich. Alter, ich muss sagen, wir waren zu viele Leute bei ihm in der Gegend. Die Pappen haben wir auch viel zu lange, bis sie mal nachgeladen hat. Oh ja. Ich wollte gerade, ich wollte gerade Goom seine verdienten, seine verdienten Babylounger geben, den er sich ja erkorben hat, dadurch, dass er den Typen umgelegt hat. War so schlecht von mir. Das gibt's mir. Ja doch, die Pappgun ist schon eigentlich gut, aber man darf halt nicht nachmachen mit der. Die macht mehr Schaden, das Problem ist, wenn du den ersten ersetzt, dann dauert es viel zu lange bis sie zwei nicht machen. Das ist das Problem. Ich nehm lieber die Pappschrotze. Nehm lieber die normale, weil da brauchst du das so lange zu nachmachen. Oh, ich hab... Das ist Detective, also nix sagen. Du bist der Wanwan. Du bist der Wanwan. Alter, was ist denn heute los? Ja, das weiß ich auch. Ich bin mal Goom hier. Das ist doch unnormal. Ich bin hier nur wieder in Nord-Inno. Das ist plötzlich ganz Wandel. Raste doch mal richtig aus. Ähm... Fighter, lass uns den nächsten Helikopter nehmen. Oh! Okay, was war das? Headcrap-Lounger! Headcrap-Lounger! Oh, ich hab's nicht geschossen. Warte, der kam von links irgendwo. Der kam irgendwo von links. Nee? Ja. Nee. Nee. Alter, was ist das denn für eine Runde? Was ist das denn? Was soll der Scheiß? Amstable. Nee, nicht Amstable. Foundation. Ja, Amstable. Foundation, ja. Ja, eineinhalb Stunden, hab ich gesagt. Ich bin bei der Leitung wieder mal daneben gesprungen, oben. Als Traitor. Ja. Ja. Tschüss!